Guten Tag und herzlich Willkommen, mein Name ist Wadmin Schenzer und ich präsentiere heute für dich speziell ein neues Kartendeck. Das ist eine Oracle-Form mit 68 Karten in Großformat, also so sieht es eigentlich aus, mit dem Hintergrund. Also ich werde es auspacken, ich mache das immer so, dass ich vier Stück ausdrucke, damit du auch sehen kannst, wie sie in der Natur ausschauen. Aus dem Drucker, da ist es natürlich ein Digitalprodukt und diese Karten heißen abstrakte Kunst, also Kaledeskop der Kreativität. Wir reißen das jetzt das Ganze auch mal auf und schauen, was da uns erwartet. So, die Karte Nummer eins, die ich ausgedrückt habe, steht für Vertrauen, Vertraue, den Fluss des Lebens. Diese sieht so aus. Die zweite Karte sei offen für neue Möglichkeiten, ist auch ziemlich abstrakt, also könnte man auch mal rausziehen. Oder finde Schönheit in der Einfachheit. So sieht diese Karte aus. Deine Intuition ist dein Kompass in deinem Leben. Das sind die Karte Nummer vier. Ich zeige dir jetzt auch noch viele Karten dazu. Sei gespannt. Und auf jeden Fall gibt es natürlich auch einige Informationen auch zu den Karten, was diese Karten überhaupt alles symbolisieren, beziehungsweise was überhaupt dahinten steckt. Diese Orakelform, Kaledeskop der Kreativität, abstrakte Kunst, die ist neun mal 13 Zentimeter. Du bekommst die Karten auch einzeln als JPG plus natürlich auch eine PDF, die du gleich beidseitig drucken kannst in deinem Drucker. Und es gibt noch ein Begleithab mit 28 A4 Seiten. Und hier geht es auf jeden Fall nicht nur unbeschreibend von Orakelformen, beziehungsweise von den Affirmationen, die auch drinstehen zu diesen Karten, sondern auch natürlich eine Meditation wartet auf dich. Achtung, das ist immer noch ein Digitalfrodukt. Das heißt, in 48 Stunden muss es runtergeladen werden auf deinem Computer, damit du das so oft drucken kannst, wie du willst. Kann es auch verschenken natürlich an die weiteren Leute. Ja, was sind diese Karten überhaupt? Also diese Karten sind nicht nur visuell ansprechend, wie du es gleich sehen wirst. Also ich zeige natürlich mehrere Karten noch dazu, sondern sie laden dich auch dazu ein, deine eigene künstlerische Ader zu entdecken, zu entfalten, indem sie dich auch mit abstrakten Formen und Farben in Berührung bringen. Ihre Karte in diesem Set eröffnet ein Fenster zu einer Welt der Abstraktion, wo du die Freiheit hast, deiner Fantasie, deinen Emotionen Ausdruck zu verleihen. Die Welt der abstrakten Kunst vermag es, uns sowohl in ferne Universen zu entführen, aber auch unsere innersten Empfindungen durchzudringen. Also es geht um deine Emotionen. Aus dem Enhalt nochmal zu dem Buchleinkartenlegen wird erklärt. Legi-Systeme für Oracle-Formen, also für alle Oracle-Formen sind auch noch dabei. Vorwort zu diesem Kartendeck habe ich natürlich auch verfasst. So wie Bordscharten findest du auch drin. Und natürlich auch noch eine Bonus-Meditation. Ich wünsche dir viel Spaß damit, mit diesen Karten. Und alles Gute für dich. Dein Wadim Censet. Ciao, ciao. Motion Elements.